So, beim Metro gibt es Olivenbäume. Olea Europea, ca. 150 Jahre alt steht hier. Raubbau. Ja, ja, und jetzt schauen wir mal dieses Exemplar hier an. Der Stamm ist ja offenbar schon lange gestanden, aber hier wurde gesägt. Und hier oben natürlich auch die ganzen kleinen Äste weg. Ja, ich weiß nicht, wie brutal das hier abgegangen ist, um diese Bäume zu kriegen und was dafür alles sterben musste.